In unserem Landesstudio in St. Pölten begrüße ich jetzt den niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll. Schönen guten Abend. Guten Abend, grüß Gott. Eine halbe Milliarde Euro hat es ausgemacht, um die Schäden alle herzurichten. Noch einmal so viel Geld ist jetzt in Schutzbauten, in Hochwasserschutzbauten in den letzten zehn Jahren investiert worden. Ist das nicht auch ein wenig Strafgeld dafür, dass so viele Gebäude in der roten Zone errichtet worden sind? Zuvor, sieben Prozent immerhin? Ja, schauen Sie, Strafgeld hin und das Strafgeld her. Faktum ist, dass offensichtlich aufgrund des Siedlungsdrucks auf der einen Seite, der ja in den letzten Jahrzehnten unglaublich zugenommen hat, und auf der zweiten Seite gerade im Wiener Umland natürlich sehr viel Städter in das Niederösterreichische gekommen sind, dass offensichtlich da tatsächlich in der Raumordnung in den vergangenen Jahrzehnten zu liberal und großzügig umgegangen wurde. Wie alles im Leben hat natürlich auch eine derartige Katastrophe, wie sie vor zehn Jahren der Fall war, natürlich eine zweite Seite. Und es ist zweifelsohne so, dass Gott sei Dank, wir haben das intensiv auch vorangetrieben, entsprechend die Lehre gezogen wurde und die Konsequenzen gezogen wurden. Und es hat sich mittlerweile ja doch einiges geändert, was natürlich auch wiederum mit vielen Konflikten, gerade in den Gemeinden im Zusammenhang mit Baubewilligungen und so gleich, zu tun hat. Minister Berlakowitsch, der ja für diese Belange als Minister zuständig ist, hat anlässlich des letzten Hochwassers vor 14 Tagen in der Steiermark gefordert, in den roten Zonen darf absolut nicht mehr gebaut werden. Jetzt ist das in Niederösterreich ja als eines der wenigen Bundesländer ja seither auch tatsächlich so umgesetzt worden. Handeln da die anderen Bundesländer fahrlässig, wenn sie sich nicht bedingungslos daran halten, in den roten Zonen wirklich nichts mehr zu bauen? Ja, ich will zweifelsohne nicht der Oberlehrer für andere Bundesländer sein. Ich habe aber auch ganz offen gesagt nicht den totalen Überblick über das, was die anderen Bundesländer tun. Faktum ist, und das ist für Niederösterreich eine ganz entscheidende Konsequenz gewesen, dass insbesondere in jenen Zonen, wo das 100-jährige Hochwasser eine Gefahr darstellt, Bauverbote erteilt wurden. Und das muss in den Gemeinden umgesetzt werden. Und was noch dazu kommt, und das ist meines Erachtens mindestens so wichtig wie die Bauverbote als Konsequenz in der Raumordnung, dass Überflutungsflächen zur Verfügung gestellt werden. Wir haben etwa entlang des Kampfes in den letzten Jahren 150 Hektar an Überflutungsflächen angekauft, die auf der einen Seite den Vorteil haben, dass sie jetzt ökologischen Ausgleich bieten, aber auf der zweiten Seite im Falle des Falles die Chance und die Möglichkeit eröffnen, dem Wasser entsprechenden Raum zu geben, ohne dabei Siedlungen, Hab und Gut oder Menschen zu gefährden. Das heißt, Hochwasser muss in geregelter Form auch wieder zugelassen werden können und in der Raumordnung vorgesehen werden. Herr Landeshauptmann, kommen wir noch zu einem zweiten Thema, das Sie wohl auch in Niederösterreich sehr beschäftigen wird, nämlich die Lage der ÖVP insgesamt. Da hat letzte Woche das Nachrichtenmagazin News bereits einen Nachruf geschrieben auf die Partei und meint, dass 2013 nach der Wahl alles vorbei sein wird, weil die Partei aufgrund der Skandale mehr in der Gerichtsberichterstattung im Moment vorkommt. Beruhigt Sie eigentlich das Krisenmanagement, das die Partei derzeit hat? Reicht da der Ethikrat und eine Anti-Rot-Grün-Fibel? Ja, zunächst muss ich Ihnen sagen, der Nachruf beruhigt mich, denn wenn der Spruch stimmt, das totgesagte länger leben, dann ist das ja eine tolle Zukunftsperspektive für die österreichische Volkspartei auf Bundesebene. Aber auf der zweiten Seite muss ich natürlich schon sagen, dass mir auch aus staatspolitischem Interesse her die Entwicklung der österreichischen Volkspartei in den letzten Jahren schon ein wenig Sorgen bereitet. Und nicht zuletzt auch deswegen, weil man ja auch in der historischen Entwicklung sehen muss, dass die österreichische Volkspartei auch in schwierigen Situationen der Republik eine staatstragende Partei war. Und es wäre zweifels ohne ein großer Verlust auch für das Staatsganze, wenn diese Partei an Bedeutung in Zukunft verlieren würde. Auf etwas Konkretes möchte ich da eingehen, und zwar auf eine Idee des Bundesparteiobmanns Spindelecker in Folge dieses Newsinterviews, das ich zuerst zitiert habe. Der sagt jetzt, er möchte in den ÖVP-Statuten festlegen, dass er ein Durchgriffsrecht hat, gleichsam so eine Generalvollmacht, auch auf die Funktionäre auf Landesebene, damit man Leute wie Martins viel früher auch aus dem Amt werfen kann. Würden Sie so etwas zulassen, dass das möglich ist, von der Bundespartei in die Landespartei hineinzuregieren? Also ich sage Ihnen ganz offen, das muss ja auch im Interesse jeder Landespartei sein, dass in ihrer Organisation Ordnung herrscht. Und wenn eine Landespartei nicht selber die Reinigungskraft in sich hat, dann müsste sie eigentlich dankbar sein, wenn ein Bundesparteiobmann oder ein Bundesparteigremium für diese Ordnung sorgt. Also hier sage ich Ihnen ganz offen, bin ich sehr offen und bin ich sehr gesprächsbereit. Allerdings, das kann keine Einbahnstraße sein, das muss man auch dazu sagen. Herr Landeshauptmann, Sie sind der erste prominente ÖVP-Politiker, der eine Wahl wird schlagen müssen im nächsten Frühjahr. Der erste nach all diesen Skandalen, die jetzt aufgekommen sind. Fürchten Sie da, dass das auch abfärbt auf das Bundesland und Sie um die absolute Mehrheit bangen müssen? Schauen Sie, natürlich ist das Umfeld, in dem gewählt werden muss, kein lustiges. Das ist überhaupt keine Frage. Allerdings, ich glaube, dass der Unterschied zwischen der Bundespolitik und der Landespolitik ein offenkundiger ist. Und, mein Gott, die Menschen in Niederösterreich kennen mich über 20 Jahre. Sie kennen meinen Arbeitsstil, sie kennen meinen Führungsstil, der auch das eine oder andere Mal auch aneckt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir für Niederösterreich in Anspruch nehmen, dass wir in diesen Jahrzehnten einen guten Fortschritt geleistet haben. Apropos Landespolitik, können Sie eigentlich nachvollziehen, dass die Ihre Kärntner Parteikollegen jetzt nicht ausschließen, nach einer allfälligen Neuwahl wieder mit den Freiheitlichen zusammenzugehen in Kärnten? Also, wissen Sie, ich bin bei Gott nicht in der Lage und auch nicht willens, in ein anderes Bundesland hineinzuregieren. Nur eines muss man schon sagen, was sich dort alles abspielt, da kann man sich nur mit Grausen abwenden. Und die handelnden Personen und die Verantwortungsträger müssen selber wissen, was sie tun. Meine Eltern haben mir schon immer gesagt, wie man sich bettet, so liegt man. Und wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf an die Kollegen in Kärnten, dann ist es nicht mehr, nicht weniger als die, zu schauen, dass sie sich gut betten. Halten Sie Ihren Amtskollegen Dörfler eigentlich noch für regierungsfähig, jetzt wo es nur mehr darum geht, rechtzeitig auszuziehen, um nicht abgewählt zu werden? Das ist nicht von mir zu beurteilen. Ich bin Gott sei Dank hier auch viel zu weit entfernt. Allerdings, eines wäre in Niederösterreich nicht denkbar und nicht möglich, dass man in Wahrheit durch Ausziehen aus einem Parlament demokratische Entscheidungen unmöglich macht. Das halte ich für äußerst zweifelhaft in einer gut funktionierenden Demokratie. Zwei Grenzen würde ich von Ihnen noch gerne wissen, weil das heute in Diskussion steht, wann soll ein Politiker zurücktreten? Wann muss er aus Anstand zurücktreten aus Ihrer Sicht und wann soll es rechtlich normiert sein, dass er sein Amt verliert? Also ich bin hier zweifelsohne auf der Seite des Parlamentspräsidenten Neugebauer, der heute den Vorschlag gemacht hat, dass hier auch strengere Grenzen gezogen werden sollen, wann das Ende eines politischen Lebens gekommen ist im Hinblick auf die Ethik und die Moral. Jeder, der in die Politik geht, muss wissen, dass auf der einen Seite dem Gesetz verantwortlich ist, aber auf der anderen Seite über das Gesetz hinaus entsprechende moralische Ansprüche gestellt werden. Und jemand, der nicht weiß, zwischen dein und mein zu unterscheiden, jemand, der mehr nimmt, als ihm zusteht, der muss wissen, dass er in der Politik nichts verloren hat. Politik heißt für andere da zu sein und nicht für sich zu kassieren. Sagt Evin Pröll im ZIP2-Interview, das wir aus terminlichen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet haben.